Moin Leute, willkommen zu LUNA GAME 2! Ja, wieder mal geht LUNA hier ab. Schöne Technomucke im Hintergrund. Mal gucken, ob es so kurz wird wie der Erste. Der Erste war ja nur Minute oder sowas. Und ich war noch nicht mal fertig damit reden. Auf jeden Fall richtig geile Technomucke hier. Dele, dee, dee, dee. Ah, ich bin hängen geblieben. Ah! Mal gucken, der Erste hat mich jetzt nicht so geschockt. Mal gucken, wie der Zweite so abgeht. Mal gucken, ob er schockreicher... Ah! Boah! Okay. Ich hab nichts gesagt. Ah! Ah! Boah! Oh, leck mich am Arsch. Okay. Im ersten Teil war es Apple Bloom im Hintergrund. Und hier war es jetzt soweit. Ich gesehen hab Pinkie. Ja, Pinkie Pie. Boah! Okay. Mein Herz schlägt gerade... ...unregelmäßig in meinen Kopf rein. Boah! Meine Herren! Oh, und es folgen noch weitere, also... ...gucken wir, ob hier noch ein Schock-Effekt kommt. Hoffentlich nicht. Sonst brauche ich einen Notarzt. Naja, wir werden es ja sehen. Weiß mal, durch diese düstere... ...Gegend. Die Hintergrundspusik hört sich ein bisschen... ...an wie der weiße Hai. Boah, hab ich vorhin fast einen Herzanfall... ...kasper hier gekriegt. Also, Herz, Kasper, irgendwie sowas. Ah, hier muss ich jetzt anscheinend runter. Okay. Äh, eigentlich kann sie fliegen. Sie hat Flügel. Aber das gefällt mir hier jetzt ganz und gar nicht. Da kommt bestimmt noch was. Ja, äh... Ich kann mich bewegen. Es wird dunkler. Äh, ja. Und jetzt? Okay, wir... ...sind... ...tot. Äh... ...ja. Wenn jetzt doch irgendwo ein Schock-Moment kommt, werden die hier... ...definitiv einen Herzanfall bekommen. Ja, wie lange geht dieses Bild jetzt noch? Ich habe keine Ahnung. Bringt es was, wenn ich auf Escape drücke? Nicht wirklich. Äh... Naja, ist ja auch wurscht. Sind nicht sonderlich lang, die Dinger. Äh, was ich in Part 1 leider nicht mehr zu sagen kam. Weil das Spiel so schnell vorbei war. Äh... Die Creepypasta dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr so euch durchlesen wollt. Oh, aber... ...als ja das Bild immer noch hier ist... ...verabschiede ich mich. Hoffentlich schalte ich auch zum nächsten Lunar Game wieder ein. Das müsste ein Lunar Game 3 sein. Insgesamt gibt es ja einige. Bis dahin, haut rein, Leute. Und ich brauche erst mal Herztabletten. Halt rein, haut rein. Untertitelung des ZDF, 2020